okay das einzige aus mir noch fehlt ist eine lackierpistole und dann kann ich mit das pferd ding zusammenbauen und irgendwie bin mir sicher mehrere lackierpistolen in der letzten folge gesehen wo die waffe raus zur sicherheit aber ich habe keine lackierpistole mitgenommen also hoffe ich mal dass ich sowas finde das ist in der zwischenzeit nichts gröberes nicht vernichten will ja guai da haben wir schon was gröberes was habe ich für den schönes schön geröstet ja guai geröstet irgendwas gibt es da hinten noch nichts auf der obentaste so viele sturmgewehre so viele sturmgewehre aber nie was auf der obentaste anscheinend nein protektron war da gerade ein fetter protektron drunten probohirn okay das geht gut den snipen wir Ah, was haben denn gehört, der Sniper zum Snipen. Verdammt, den darfst du nicht mehr. Der ist leichter zum Snipen, der ist leichter zum Snipen, das ist viel Leben, für die Chance. Wollen Sie mich verarschen? Verdammt, geht mit dem Ausbrot? Treffe ich den Typen nicht, letzter weg. Ich schätze, das wird eine Volt sein dann. Ganz am Ende der Map. Da sollte ich gar nicht hingehen für eine Paint Gun. Dann die Fellpistole. Die Fellpistole. Ah, ein Blutpaket. Was sind die gut? Oh. Für was sind die Blutpakete nochmal gut? Ist das für Vergiftung? Nein. Oh, ich habe wieder eine Kernspartungspatrie mitgenommen. Okay. Was zum Teufel? Wie komme ich da hinten hin? So. Das wäre mehr Bände. Ja. Oh, da kommt ein kleines Loch, eine Höhle. Nein. Hm. Komisch. Wie komme ich da hinten hin? Wüsste gar nicht, was das sein sollte. So weit war ich noch nie draußen. Unten durch. Macht auch nicht viel Sinn, würde ich sagen. Also nochmal ganz rundherum. Mal schauen. Hier wohnen die Regeneratoren. Schweiz. Wenn ich nicht mal dort hinten komme, müsste ich meine Lackierpistole meine geschätzte Geliebte bekommen. Hier war noch was. Ich glaube ein Radar Camp oder Maldok. See. Okay. Nein. Schaut nicht so aus, als würde ich da hinten kommen. Hm. Dann gehen wir halt dort rüber. Schauen, was dort so abgeht. Oh. Okay. Pistole. Come schon. Oh. Hier. Wir brauchen die CDB. Oh. Wir brauchen die CDB. Weiß weg. Mörp. Mörp. Hörp. Ich glaube, er ist weggerannt. Und vielleicht nur Verstärkung? Ah, jetzt ist er auf dem Weg zu mir. So, Mieter hat gerade Fett auf die Nuss bekommen. Kein Problem für wen er tankt. Das größte ist nicht nur im besten Zustand, habe ich vergessen zu reparieren. Ich glaube so weit draußen war ich sowieso noch nie. So viel auch weiss. Ist da auch nicht viel bis ausschaut, den Sendeturm. Oh, keine Lockierpistole. Viele Brücke, Brücke ist zu gefährlich. Nein, da brauche ich was anderes. Nehmen wir wieder die. Okay, dann sehe ich mich empty bis jetzt. Oh, Trinkwasser. Überhaupt nicht verstrahlt. Minus 5 nur. Okay. Augen auf auf eine Lockierpistole. Dependine. Davon habe ich schon zu viele. Ich habe noch nie eine Kronkorkenmine im Endeffekt hergestellt, weil die Landschboxen fehlt. Immer etwas. In drei Stellen abgegangen, wo ich dachte, dass die Lockierpistole gewesen sein könnte. Links habe ich es gesehen. Sonst müsste ich halt noch mal Kirche oder so rüber teleportieren und dort hoffen, dass ich etwas finde. bis jetzt gar nichts. Dafür ist keine Falle. Okay, High Ground. Es geht weiter hinauf. Es geht weiter hinauf. Muss ich bei meinen Leuten vorbei. Gefährlichste. Hier drüben komme ich auch hinauf vielleicht. Oh, bitte kein starker Gegner. Okay. Wirklich. Warum habe ich ein schlechtes Gefühl? Teufel. Teufel. Raus hier. Raus hier. Ich habe ein schlechtes Gefühl hier. Ähm. Kapille. Okay. Ich bin herumgelungert und geeiert. Das ist Erfolge. Erkundet. Und hoffen, dass ich die Lockierpistole finde. Okay. Nichts. Obwohl das nun mal der letzte Ort sein sollte, wo eine zu finden ist. Wacht man das einmal, findet es man nicht. Und ich bin mir sicher, in der letzten Folge bin ich an mehreren vorbei gelaufen. Bin. Okay. Was haben wir dort unten? Diese Richtung. Interessiert ja links nach oben. Hier. Hier entlang. Hier war ich auch gerade früher schon. Schnell wenn ich teleportiere. Nein, wurscht. Auf geht's ja. Ah. Vielleicht bei einem Raiders war einer. Das kann auch sein. Im Endeffekt greine ich gerade blauenlos durchs Wasteland herum und versuche eine Lackierpistole zu finden. Bei Meuro war ich auch schon. Da hat es auch keine gegeben. Ich dachte ich habe eine in meinem Spind. Aber auch nur Zigarre. Raider. Natürlich. Ein paar Treffer. Ich brauche nur zwei Schläge. Okay. Und eins haben wir Raider mit dem Baseballschläger. da. Warum nicht. Da schaut noch Raidercamp aus. Okay. Bitte nicht Friesen spielen. Bitte nicht Friesen. Ich trage Frau und da sie ein bisschen Holz haben. Ähm. Entsachen wir mal? Jetzt geht's mit das. Oh nein. Ich schlose auf der Baseball. Ich schlose auf den X-Grofen. Das ist ein Kogeln. ein Haltmetall, hohohoi. Jetzt zieh mir das Altenetall rein. Ich schlose auf die Ecke. Ja! Das ist mein Busch. Vielleicht ein Raketenwerfer. Verdammt. Ufff. Ähm, Piste. Nein, ich hab doch nur Spaß gemacht. Genau. Oh, Mist, Kerle. Oh, spielt fast wieder gecrashed. Uuuuuhh. Weiter. Was haben wir hier noch? Ja, Stoffwechsel. Hm, das ist gar nicht schlecht. Hm, Linder. Ich hab genug Stimpacks. Jetzt will man nichts mehr wert. Oh. Du. Bleirohr. Gratulation. Busch mit dem Bleirohr, während der andere mit dem Raketenwerfer hinten schießt. Taktik plus 10. Okay. Das ist die Brücke. Ja, Davos Crossing. Deswegen Ambush. Keine Lackierpistole. Natürlich nicht. Was denn zu uns? Ist da nicht Oasis irgendwo? Schaut nicht nach Oasis aus. Schaut nach Super Mutanten aus. Hm, Radar. Hm, doch Super Mutanten. Oh, das hat ne Minigun. Ich hab die Headpiction. Ich würde mir mal kurz was ich will, aber ich kann flintern. Ich bin nicht mehr. Oh, 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 oh. Mal ausgetauscht. Oh, 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 oh. Warum sind denn noch Blähfliegen bei den Typen? Eigen. Hm, so viel Gewicht und so so wenig Wert. Okay, da wird wohl. das ist das einzige was ich nicht finde das hätten wir aus dem weg immer schwierig mit beiden jetzt im haus oh gott jemand muss mir helfen bist du denn ich habe kein ton bei ihr da Nucca Cola, das spielt auch noch, sind Flamme, wichtigste, wichtigste, okay, ah, da ist die Minigun. Ah, schau, 2 Gewicht und 77 Wert, viel besser, Milo Kuchen, uh, nice, gut, ausgezeichnet, gibt es ja nicht, dass ich echt keine Lackierpistole finde, nach dem schlafen, nach dieser Folge wird auch geschlafen, Augen sind ja schon groß. Und drüben noch einen kleinen Shark, Moni gibt es hier, schissen hier alles ist. Kleine Lackierpistole, okay, wo könnte sonst noch eine sein, ob hier gibt es doch noch was hinten, ist es Oasis? Nein, nicht mal. Schauen wir hinten, ach, das sind, nein, sind es die Türme, die Türme interessiert mich noch weniger, oder gibt es da noch was dazwischen? Das sind die Türme, das sind die Türme, oh nein, nein, nein. Ich hab nicht mal gute Loot gehabt. Deck dran. Oh, das ist wie so ein Platz hier, mit der Badewanne. Oh, Blähflieger, okay, sehr gefährlich. Viel mehr gefährliches Red Skorpions. Viel mehr, eindeutig. Ach, ich hausse diese Türme. Okay, ja, ich renne schon irgendwo rum, also warum nicht weiter irgendwo rumrennen? Ja, okay, wieder. Hopp, das Gewehr ist wieder weg auf dieser Taste, sehr schön. Das ist jetzt doch nur rum. Warte, da sind mehrere Gegner. Oh, wer geht auf diese Leute? Hm, interessante Entscheidung. Wo sind meine Granaten? Hoffentlich auch ewig viele. Da bin ich nicht. Das ist dann perfekt. Beide. Und er fliegt. Und er fliegt. Was? Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Verdammt. 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 Boi. Jungs, Unterstützung. Oh boy. Ich hab doppelt die Ladung Ich hab noch einen Chat genommen. Verdammt. Das ist immer so nett. Es ist so nahe kommt. alter das ging schief extremst extremst schief mir war guai jagt dafür bräuchte die pfeilpistole wollen sie mich okay okay gewiss ist leer nächste ich habe schon gleich eine Reaktion hier gehts der Hund, sehr gut Gut, 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 gut. Was ist hier? Ja, guai, ziddi. Okay, ich habe hier bestoren. Was? Das ist schon fett aus. Wo wohin? Ich konnte es snipen können. Ich konnte es auch nicht bei der Ökerei geben. Ich bleibe Leute... Ich konnte auch nicht mit der Zeitpunkt. Ich habe auch einen Ausdruck. Etwas mehr zaubert, aber ich habe dann noch keine Erreignung. Ich habe ihn. Es ist ein Schuss. Ich habe ihn. ja wo ist man snapper oh right hand advantage Hier ist der Nächste. Dann treffe ich mein Klassgefähr. Da habe ich Highground zu gehen. Weg! Okay. Ich würde da gar nicht runter droppen. Das ist ein fetter Fall. Ist die besser? Nein, ist nicht besser. Die wollen, dass ich ganz rundherum gehe, bis es ausschaut. Ja, eindeutig. Mist. Dann gehen wir halt. Lackierpistolen suche nicht erfolgreich. Was das sind Leute? Ah, okay. Das ist klar Jungs. Ja, brennt in die Wand hinein. Warum gehen Sie nicht der Buderschaft oder so auf die Nerven? Hallo Sie, haben Sie gerade keine Steine zum gegeneinander schlagen oder sowas? Ja. Und wir helfen vielleicht auch die gleichen. Ah, schon. Krass. Ich werde es. Oh. Na werden wir eliminiert. Nein, kill. Leucht. Ich bin der Beste. Okay, Bro. Okay. Wo auch immer hier hin rennt. Wo. 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 Was. 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 Dacheisen wir. Ah, da sind der Trigger-ITTxe. okay whoo big money and I give a story letter in the straight bombs noch gut oh hier ist es noch die lockere bist du da warum nicht okay da geht es runter auch keine lockere bist du da verdammt die akklammer der boi Oh, schau, schau, schau. Große Waffen. Auch nicht schlecht. Was auch immer das sind. Durchstört kurz. Keine Lackierpistole. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Gibt's? Gibt's? Okay. Los, gehen wir weiter. Hm. Was ist denn Scheiße? Wirklich? Mist. Was ist denn Dreck? Wo ist das für Dreck? Was ist die richtige Tür? Wirklich? Oh, gut. Wirklich? 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 anscheinend gibt es einfach keine lackierpistolen die Waffe ist auch schon fast hinüber schlecht was gibt es hier einen anderen Eingang Ausgang beides ja hinter oder vorder Eingang Personaleingang wird wieder 45 Minuten Jericho will blut Mist so viel Altmetall eine Lackierpistole wir haben sie gefunden meine Damen und Herren die Lackierpistole die einzige die existiert die existieren nicht und die Unterkleber auch hier überall Sensor-Motor guck nach ich werde bei Jericho abladen ok in der nächsten Folge wenn wir die Pistole haben das Büro ob mehr Pfeile so viele Pfeile ich glaube die werde ich gar nie wieder leerschießen nice keine Fenster nicht im Büro ein bisschen abgeäfft hey jo du ja was gibt's aber gern lassen sie sehen was sie haben katholation katholation gute Mann ja stürzen wir uns in die action mhm 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 okay mhm 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 das ist ein nicht der Handy dann zu viel schrott hier immer nur schrott mit doch hoppen und raider was macht denn der denn hier oh boy ja das ist schrott loot gut auch so viele pfeiler noch allen schrott mit endlos viel schrott und lässt keinen scheitern zu ich hoffe diese unangemene Situation ist bald vorüber was zum teufel es ist keine schande in Fallout 4 explodieren die glaube ich ich erinnere mich gerade ja die explodieren in Fallout 4 das wird lustig beim Permatev ich bin froh endlich aus Megaton weg zu sein auch die Supermodanzen die mit der Atombombe auf dich zu rennen werden lustig richtig lustig Gewehrschrank und Gewehr klassisch alles ein bisschen zusammengekirchelt bisschen eng hier alles ein bisschen auf auf drauf hier rauf was habe ich noch mitbekommen zum rennen bügen ein jahres flash ist zu gut jetzt raus habe ich das ding um schon zerlegt was nicht aus dem posten der bruderschaft brüderschaft aus dem posten so lange vorgeschoben hier rein ja da ist einer bürger werden angehalten das gebiet das ist das legendäre roboter wahnsinn explodiert bombenlager sehr schwer so weit mich noch gar nicht warum ich gar nicht hinein das sind jetzt die verdreckten tüme wenn dann wir unten bruder schafft ich habe keine zeit um mit leuten zu sprechen ok die hole ich mir noch die erfahrung dass ich das annäme und ignorier mal dass da was drin sein könnte außerdem komme ich dann schnell zu oasis oasis ok ich glaube das riecht noch tot nein nicht und das richtig bisher noch tot ich habe es nicht entdeckt verdammt ich will es gar nicht entdecken nein nein genug gefeiert muss zurück wow was habe ich jetzt gedrückt ok hier haben wir einen und schleichen würde raus ich bin froh endlich aus megaton weg zu sein so und wenn wir mitten am tag sind dann kann ich mir gleich die pfeilpistole herstellen nein nein wie immer mitten in der nacht wieder zum doktor ich bin wieder von was abhängig ok ich mache das gleich auf episode in der nächsten folge werde ich wahrscheinlich die shotguns holen oder so so hier hier